Hallo und willkommen und zwar bei Let's Play Dead Island Riptide und zwar spielen wir es Together Einmal Lichter Element und einmal da hinten die Lappes Hallo Da ist sie, genau Kurzes Geschehen, was ist passiert In der letzten Folge ist der Heli Na schmarrn oder in der vorletzten, ich weiß es gar nicht mehr Auf alle Fälle ist er der Heli runtergefallen Der, wo uns eigentlich Runtergefallen worden vom Leben Ja, so kann man es natürlich auch sagen Ist auf alle Fälle da runtergefallen Und dann sind wir jetzt hier hin und haben mit dem verletzten Piloten hier gefunden Und jetzt müssen wir Der gepunkteten Linie, die mein Leben fickt Folgen und zwar 23 Meter In diese Richtung Aber, bevor wir das tun Schauen wir da noch nach, oder? Ja Okay, dann fangen wir einfach an Ja, genau Gut Magst du die Tür auf oder soll ich? Ich bin vorhin schon unten gestanden Ah Man kann nicht rein Hast gemeint, gell Haha Wenn du mich ärgern willst, dann mach ich jetzt was ganzes Gemeines Ja, ich hab die Gastbuddl auch gesehen, aber der Raum ist klar, du gehst mit drauf Wenn du jetzt im nächsten stehst, nicht Wieso, hast du die da gemeint? Darin liegt ja noch eine, oder? Ja Die hab ich vorher schon gesehen, ja Achso Ja, ist egal, du hast gemeint 18 Meter So, bloß, ich kann da nicht durch Ich kann da nicht durch Wie hätte das gedacht? Äh So, wo müssen wir jetzt hin? Das ist eine verdammt gute Frage Wie kommen wir jetzt da draußen? Ach, da oben Das ist wieder so um die Ecken gewinkelt Dass ich mich nicht rauskehne Das stimmt aber auch nicht Die gepunktete Linie, die mein Leben fickt, sagt, wir müssen da rein Oh Hey Komm zurück, ich bin Zauberer Ist das jetzt durch das geschlossene Tür gegangen, oder was? Ja, ich bin jetzt durch das geschlossene Gitter durch Genauso wie du, aber zurück kann ich nicht mehr Was ist denn das für ein Bug? Du kannst einmal durch die geschlossene Tür gehen, aber zweites Mal nicht, weil das wäre unrealistisch, oder was? Ja Warte, war echt nicht schlecht, okay, ich nehme mal zur Sicherheit gleich ein bisschen Gas mit Aber wir müssen sowieso hinaus, also kann ich das Gas erlegen lassen Bist du da? Okay, schauen wir Oh, da sind wieder die Zombies, ne, da gehen wir nochmal hin Und jetzt müssen wir nach oben auf den Turm, glaube ich, irgendwie sowas, gell? Irgendwie so, ja Oh, senken wir gleich Ne Ne Was, äh Ne Next. Glistische Spieler und größere Präsentation setzt in Kampfstörungen auf analog. Aha. Weiter bin ich gekommen. Ach so. Gegen das Vergessen. Das sind die Fotos, die du einsammelst. Die Erinnerungsfotos, wo ich immer wieder gesagt habe, da liegt eins. Ja, ja, wo es mir bloß eins gekommen hat. Neue Quest, der Turm des Forts. Da müssen wir so rum. Wo häng ich denn jetzt? Wo brennst du denn alles? Keine Ahnung, auf alle Fälle, jetzt die Musikschule sehr bedrohlich, ohne was nicht, wo sie da noch verhalten soll. Irgendwie. Dem, 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 dem. Ja, ja, ich sehe dich, ich warte auf dich. So. Oh Gott, ich habe keine Waffe. Was hast du? Ich habe keine Munition mehr. Das ist schlecht. Munition habe ich schon. Ja, wo bist denn du jetzt? Ich bin wieder runter gegangen. Weil der Oma, wie ich das gesehen habe, ist nichts gewesen, nachdem wir ja sowieso zum Turm müssen. Der Unfall, suche ich Frank Serpo. Ach, das ist das Opfer, das wollen wir so hassen, gell? Der Frank Serpo, das ist der, der uns die ganze Zeit verarscht hat und mit dem Heli und bläh. Und, oh, Überlebende und weiß der Teufel. Irgendwie so. Gerade eben ist ein typisches Problem meinerseits aufgetreten. Ich hoffe, keiner hat es gemerkt. Lappes weiß, was ich meine. Und da liegt ein Mod. Sehr cool. Ah, weiß ich das. Ein glorreiches Gewehr. Und da liegt Munition. Oh. Da in der Kiste, neben dir. Oh, Gott sei Dank. Besser. Das einzige, was mich ein bissl nervt ist, das hätten sie wirklich machen können, dass schlicht und ergreifend einen Button machen, sowas wie bei Diablo 3 beispielsweise, alles reparieren. Dass du nicht immer alles einzeln durchgehen musst. Kann auch ein Problem werden, wenn du sagst, wenn du jetzt nur die Waffen reparieren möchtest, die du trägst. Ja, ja, ist schon klar. Bei Diablo 3 gibt es ja diese Option beispielsweise auch. Du hast ja auch diese, beim Schmied das Menü reparieren und alles reparieren. Oder geht alles reparieren oder nur Ausrüstung, die du trägst, reparieren. Genauso. Also da gibt es zwei Buttons. Das war halt recht cool, wenn du selbst hetzt, wo du alles sehr auf Arme machen kannst, weil du immer so lange umeinander fuseln musst. Aber das ist jetzt nur am Rande. Das ist jetzt natürlich nicht wichtig, aber... So Kleinigkeiten, die einem auffallen, sagen wir es einmal so. Dann lass es mich sehr progewaltig da hinschießen, wo es richtig wehtut. Also du meinst jetzt sowas, lass es meiner Nachkommen sorgen. Hinschießen, wo es richtig wehtut. Ich würd ihm die Ding nicht irgendwo hinschießen, ich würd's nehmen und ihm da hinstecken, wo kein Licht hinkommt. Ja, du kannst ihn noch abschneiden. Du weißt das, richtig? Du hast uns alle gefickt, weißt du das. Wunderbar, dann red ich mal mit ihm. Ja. 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 Oh, das ist eine Schnellreisekarte. Ja. 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 Die Rage. Die Füße, die sich in dir befindet. Ja, es wird schwer zu kontrollieren, nicht wahr? Ja, und peinlich? Es ist immer da, wartet, um rauszukommen. Selbst wenn du es geschafft hast, dann was? Wie weiß du was passiert mit mir? Harlow, es ist die gleiche als du. Du wirst nicht wissen, hast du? Ja, sie ist in der Quarantäne-Zone. Was planning on using a boat to escape. We caught her. She's trying to steal a bunch of data from the lab. Fucking bitch. She really thought she was gonna get away with it, too. Get away with what? She was gonna turn that info over to the WHO. Blow the lid off this place. The World Health Organization? Really? Look, she is nothing more than a garden variety fucking terrorist. She was gonna take the virus and she's gonna take the vaccine. Sell it to whoever backed a truckload of money up to her door. There's a vaccine? Where is it? She's got it. And if you want it, you're gonna have to go and get it. She's not gonna give it up willingly, though. Huh. I guarantee you that. Hm. 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 Hmm. Ich hab's halt, damit kann ich also jetzt auch leben, sowas ist nicht da. Du wirst später oder später, Serpo. Du hast meine Worte daran. Ich will ihn einfach töten. Keine Ahnung, probier's mal, kann ich ihm in den Kopf schießen? Hey, ich bin aus dem Fort. Sieht aus wie ein großem Ort, um zu schlafen. Komm schon! Super Ort zum Verstecken, ich sieg schon. Okay, haben wir einen Plan? Oder wagen wir einfach direkt in den Scheiß, nicht gesehen? Und deswegen ist hier eine Schnellreisekarte. Immer wo Schnellreisekarten sind, ist irgendein wichtiger Knackpunkt. Mit irgendwem können wir reden, wir kriegen eine Belohnung, gell? Sieg ich grad. Mit, auch mit dem Trevor. Schweren wir jetzt mit dem Trevor? Was spricht der? Oh, ja! Ich bin einfach verdammt. Apropos, jetzt haben wir ja alle wieder da. Ich geb dir die Decken und den Leichtbaurahmen, dann können wir die Mission fertig machen. Okay. Aber zuerst laube ich die Ärmel noch schnell an. Oh! Das war was für dich. Der Blitz, schnelles, automatisches Gewehr im Angebot. Bei mir sind es 5.508 Schaden. Jetzt haben wir einen Eindruck, Serpo? Oh, schau und helfe. Ich muss gehen und sehen, ob ich meine Familie finden kann. Ich sollte sie nicht in den ersten Platz haben. Aber jetzt... Es ist alles schlecht. Ich kann die Warfis-Hundsinn nehmen. Ich kann die Warfis-Hundsinn nehmen. Sieg's, die kann ich nicht um mich nehmen, weil es jetzt Level 58 ist und 5.600 Schaden hat. Ich weiß, was ich vorhin gesagt habe. Es geht um die Schaden. Ich kann die Schaden. So, ich hab zurück. Ich hab gar nicht so viel, was ich verkaufen kann, wenn ich ganz ehrlich bin. Du nimmst ja nicht alles mit, im Gegensatz zu mir. Die Schaden. Die Schaden-Zone. Gott, protect uns! Sieg's, die Schaden-Zone. Die Schaden-Zone. Ich bin nur schade mit dem Schaden-Zone. Die Schaden-Zone. Die Schaden-Zone. Die Schaden-Zone. Die Schaden-Zone. Bei der Schaden-Tough. Ja. Is schlechter wie das, was ich im Moment hab. Ja bald. Okay, sie ist fertig. Was auf, dann. Nein! Jetzt ist es besser. Ah, Pampe, my gun. Ja, ich hab... Mann, ich hab's vorher schon modifiziert, aber das hat's irgendwie nicht auch gemacht. Achso, nur dann. Ich war ja gut so blöd dazu. Bitte, bemerkbar! Wenn du das nicht mehr hast, dann hast du jemanden lebt, um uns zu beschützen. Was? Ah ja. Eskippe durch die infektive Zone? Hm, warum nicht wir alle nur Suizid hier und jetzt machen? Alles Wurscht, ich hab's jetzt schon gefunden, Decke und... Wo ist der Leichtbauerraben? Da. Okay. Na, ich brauch zwei Decken, wenn dann. Kriegst du ja auch zwei Decken. Den Cabernet Sauvignon kannst du behalten. Den will ich wiederhaben, ja genau. So, äh, Handel akzeptieren. Handel bestätigen. Handel akzeptieren. Handel bestätigen. Der Handel wurde erfolgreich abgeschlossen. Sehr schön. Bin's immer so einfach gegangen. Äh, gut. Du lässt mich einfach wissen, ob du etwas für dich holen willst. Äh, genau. Bastelwettbewerb mit Henry. Danke, mein Freund. Der Quarantin ist auf. So, jetzt muss ich erstmal was verkaufen. Was? Schwermetallmord. Hm. Wer ist eigentlich unser nächster Ansprechpartner? Wieder der Trevor, ja. Lord, protect yourself. Silver could be trouble. Wir schauen, was hat sie zum Lappen klammern. Das kann mich verkaufen. Nicht viel. Das bleibt bei mir, das bleibt bei mir. Das kommt weg. So, holen wir euch. Ja, gut. Poipen wir uns die Gewehre mal, wenn wir weiß nicht, wenn wir es brauchen können. Aber ich könnte das andere Katana modden. Das ist eh krasser, wie meins. Wo ist es denn? Verwüstendes Katana? Ah ja, genau. Das tun wir gleich mit dem Modden und dann tun wir es noch upgraden und dann schauen wir weiter. Und ich kann es nicht modden. Warum nicht? Ich kann nur... Doch, mit dem Elektrosturm geht es. Das probieren wir einfach mal. Entschuldigung. Ah, genau. Ich kann... Ich bin ein Level aufgestiegen. So, da. Elektrosturm-Katana. Jawoll. Das ist die neue Serie jetzt auf MTV. Pimp my Katana. Oh, das hat jetzt gerade richtig Geld kostet. Du, aber dafür ist es jetzt die krasseste Waffe, die ich habe. 1400 schon. Ah, brillant. Simpli brillant. Brillant. Simpli, aber brillant. Eine Quarantinzone. Lord, protect us. Die Hallowinie. Ich und Hörgum haben einen Topf. Das Show ist in der Dreckung. Ich will nicht diese Dinge, um mich zu kümmern. Bitte, nicht ihn. Ich bitte Sie. Ich bin fertig. Du bist fertig. Ich schaue bloß noch mal ganz kurz beim Modifizieren, was diese Schwermetall-Mod ist. Ich habe nämlich gerade verplant, dass ich einfach nachschaue. Das ist das ja wieder für schwere Waffen, oder? Also für stumpfe. Au. Auch für das Metall-Kanabo. Das ist ein Grafikfehler. Was tun? Sie sind hier draußen vor der Tür, hält der Kartan in der Hand, und hinten an der Schulter kommen sie wieder raus. Oh. Ja. Oh. Ah, okay. Das ist ein Stich, der dürfte durch den Magen gegangen sein. Ein bissl was von der Niere durch gewischt haben. Und der Darm wahrscheinlich auch. Okay. Ähm, dann reden wir mit dem Trevor, oder? Ja. Dann spricht. Ich habe gesagt, die Kurzform ist... Au. Au. Ach, der hat sich also definitiv keine Freunde gemacht mit Olli. Wir treten die Quarantänezone und suchen den Docks nach einem Boot. Ja, müssen wir. Gut, tun wir. Auf geht's. Der Po denkt, Halo wird ein Schiff nutzen, um zu erheben. Das bedeutet, dass sie noch einen Dock in der Quarantäne-Zone wollen. Als du da bist, schau sie es. Okay. Dann müssen wir jetzt 200 Meter in diese Richtung. Dann tun wir doch das mal. Wir müssen jetzt aber nicht jedes Mal über die Leute da oben entstehen, oder? Doch, müssen wir. Ich glaube, ich spinn. Wir müssen echt jedes Mal über die Leute da oben. Na. Schau mal. Wir müssen jetzt eigentlich hin. Wir müssen da hoch. Da könnte man... Ach Gott, nein. Das wäre eine ziemliche Kurve. So was für eine Mission möchtest du vielleicht noch mitnehmen? Silvias Haus, die Frau von dem anderen. Ach so. Aber das ist... Das ist eine ganz andere Kurve. Ja, dann lassen wir es halt einfach. Ich weiß, dass das wieder eine sehr unspektakuläre Folge ist. So wie wenn ich mein Zeiteisen anschaue und wenn ich siehe, was wir bis jetzt da haben. Aber ist egal. Gehen wir mal viel raus. Du bist runtergefallen. So hat sie es auch gehört. So lange ich... Ja, genau. Schau mal. Wo bist du? Ich bin am Gang. Also am... Brugg-Übergang. Nehmen, wie es das willst. Komm, bist du heute schon... Ah, ich hab nicht aufs Sprinten. Schon wieder viel zu lang her. Na ja, so lang jetzt auch nicht. Ich hab mittendrin ein Spiel abgeschlossen und beim anderen Spiel 25 Episoden abgedreht. Jaa, das ist wieder was anderes. Das ist... Au, au, au. Da hört sich irgendwas groß an. Ah ja, da ist es auch. Und ich bin erfolgreich aus dem Weg gesprungen. Das hab ich schon lange nicht mehr geschafft. Ach. Ah, Schreier! Ach, Schreier! Ah, verdammt! Ich bin genau in dem Augenblick... Ich hab nachladen müssen. Genau in dem Augenblick, wo ich ins Gesicht reden möchte. Ja, okay. Man sollte doch nicht... Man sollte doch nicht... Ich war sekundenslangsam. Es kommt zum Heilen. Ja, ich kann das und das drücken, wenn ich mal gerade lesen kann. Die Zeit hab dazu. Ah, mei. Ja gut. Aber bleib einmal steh, weil... Du weißt genau, was ich dir jetzt jetzt sag. Und ich weiß auch, dass du es nicht schön findest. Und sie rennt weiter. Ich sag, bleib steh und sie rennt. Ja gut. Nein, aber wie gesagt, Episodenende haben wir wieder einmal erreicht. Traurigerweise. Ich versteh auch nicht, wie die Zeit immer rundum rattert. Ja. Das ist die beste Reihe, wo wir hier drin waren. Da waren wir schon drinnen beim Herlaufen. Okay. Na gut. Dann machen wir das nächste Mal genau hier vor der Dead Zone weiter, würde ich sagen. Oder? Ja. Passt. Genau. Und dann werden wir hoffentlich auch das... Wo müssen wir hier? Hier den Ding finden. Die Quarantänezone. Das Boot mit der anderen Tussi. Ah. Gehen wir mal davon aus. Hoffen wir zumindest. Na gut. Okay. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag noch. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Dead Island Riptite. Ja. Und ansonsten noch einen wunderschönen Tag. Bis denn und ciao. Ciao. Ciao.